Du sagst also zu Rot-I, ja, Chloe? Du beleidigst meine Haare immer. Warte ab, wenn ich sie wieder rot färbe. Hä, wie tief! Kämpfen wir jetzt gegen uns selbst? Hat sie jetzt aber gedreht, ich weiß. Nein, ich mache nur Spaß, Chloe. Wollte dich nur ein bisschen ärgern. Kann ich auch mal angreifen? Wollte dich? 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 Ja, ich muss mir jetzt kommen. Feld entscheiden, ne? Wahrscheinlich. Also, ja, ähm. Die Liebe wählen, die Pflicht wählen, die Gaben ablehnen. Die Gaben ablehnen ist dann wahrscheinlich, ähm. Rache, ne? Gaben ablehnen ist dann der Rachefahrt, oder? Warte ich jetzt vermuten. Licht. Haben sie abgestochen? Uff. Ich darf in diesem Tyrann nicht weitermachen lassen. Oder abstechen. Ich hab sie abgestochen. Sie ist jetzt erlöst. Nein, aber... Oder aufessen. Liebe kann man auch aufessen. Wir sind wieder in unserer Welt. Ja! Denke ich. Das wird aber auch Soundspitzen. Mir fliegt ja alles weg mit den aktuellen. Ja. Das ist manchmal an sehr vielen Stellen richtig übel. So. Wir sind endlich wieder zurück. Kai Awase Muschel. Das Gegenstück zu den Muschel... Zu der Muschel, die ich vor so vielen Jahren bekommen habe. Stimmt, das haben wir am Anfang gekriegt. Ähm... Eine Erinnerung an die Heirat meiner verstorbenen Eltern. Das Bild auf dieser Hälfte ist im Takt. Sind das meine Eltern? Wer ist es, der sich ihnen in den Weg stellt? Und warum sollte dieser Mensch etwas gegen ihre Verbindung haben? Wenn ihre Liebe verboten war, ist es kein Wunder, dass Meister Sanjuro nicht von ihnen sprechen wollte. Ich bin an dem Ort meines Todes zurückgekehrt. In Yomi waren die Sekundentage. Ich weiß nicht, wie viel Zeit in den verwünschten Tiefen zugebracht habe, aber hier sind nur wenige Augenblicke vergangen. Kageru muss immer noch hier sein. Ich weiß, dass ich bereit bin. Wenn keine Zeit vergangen ist, dann können manche meiner Schutzbefohlenen noch am Leben sein. Ich sollte sie von diesem Gemetzel retten, falls ich kann, obgleich mich nicht abhalten... Äh... Obgleich mich nichts abhalten darf, Kageru ein Ende zu bereiten. Alter, Lisa... Was denn? Teil eines Hyogi. Wirklich ein Wunder, dass die andere Hälfte des Fächers meiner Mutter das Gegenstück zu dem Teil, den ich als Kind gefunden habe. Nanu, ich zähle 39 Lamellen. Das würde bedeuten, dass dieser Fächer einer Frau aus kaiserlichem Haus gehört hat. Das würde bedeuten, dass ich aus kaiserlicher Linie stamme. Dum-dum-dum... Der wille Sie nicht erstегreifen. Ich gebe sie uns zurück. Ich mache ihn mit dem, Der wille Sie doch rein. Bist du ein Wunder, Gebt alles in die Hand. Ich tue ein Wunder. Ich veröse ihn wirklich nicht. Dann habe ich keine Wunder. Wenn ich alle beim Wunder. Ein Wunderung beendet. Wirklich? Die sind wir zu wollen, Bye bei dir das eine Wunder. Ich werde es bin. Aber wenn ich einen Wunder. klatschen ich muss nur gerade an kannibalismus denken wenn ich sie nicht haben kann es sich dann ist sie in warte das nein okay bei eines kisero endlich die andere hälfte des der tabak pfeife meines vaters ich suche sie jahrzehnten aus der schnitzereien musste man auf sein status schließen können nein das sind gar keine gravuren sie sind so schlicht wie sie nur sein kann dann war wohl ein einfacher mann ein ganz gewöhnlicher bürger daran ist ja nichts ehrenrühriges am ende kommen kommt es schließlich auf die einfachen leute an wenn es verboten war also er war dann wahrscheinlich bürgerlich und seine mutter dann halt irgendwie von kaiserlicher abstammung klar dass es dann verboten war weil der normale bürger eine kaiserliche naja er hat ja nicht den stand oder irgendwas zu bieten oder so so wie aussie so wie aussie so wie aussie hey komm so lächerlich aber wenn ich mal oben glaube ich weitergegangen ich kann mir glaube ich vorstellen dass ich da oben hätte irgendwas wenn ich runter werfen können oder so dass ich die zermatsche scheiße schade 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 todesurteil das also war es was sanjiro all die jahre über von mir verborgen hat ein brief der den tod meiner eltern anordnet und dieses siegel ist eindeutig kaiserlich so also enthüllt sich endlich meine geschichte ich bin schlicht deshalb eine weise weil jemand der in wohlstand und macht geboren ist das so entschieden hat ich habe ein verlorenes leben gelebt niedere dienste verpflichtet obwohl ich es verdient gehabt hätte zu herrschen vielleicht werde ich das eines tages auch noch tun interessant einfach abgeschlachtet sag mal kannst du auch mal blocken du idiot ist klar dass er das nicht blockt er ist dass er Jetzt zu reparieren. Na toll, ich habe nur ein Leben und jetzt ist da ein Samurai, Alter. Im General. Mit einem HP. Wie sehr wollt ihr mich verarschen? Ja! Ich wollte es mal versuchen. Ja. Na gut, kann ich schon vergessen. Ja, gehen wir nicht auf die Eier. Ja... Oh... Das ist... Omoikane-Maske. Diese Maske zeigt sich. zeigt das Gesicht von Omoikane. Vielleicht dem Weisesten der großen Kami. Ohne seinen klugen Rat hätten seine Mitgeister die Sonnenkönige niemals aus ihren Dunkelhöhlen locken können. Unsere Welt wäre heute immer noch im Dunkeln. Von diesem Tag an wandte sich Ameterasu nur noch an ihn um Rats. Omoikanes Geduld und Voraussicht müssen mich nur leiten, wenn nicht Kagero besiegen und das Land vor ihm und seinen Spießgesellen bewahren will. Ach, oh mon, Alter, da war das zum Speichern, ne? Scheiß Spiel, du. So, weiter. Estrik, dankeschön für den Foto. Muss noch mal kurz was schauen. Ihr seid frei, ja. Gut, dass ich euch noch gefunden habe, sonst wird jetzt elendig verbrannt. Aber scheiße. Okay. Alter. Ist klar, dass der Typ mit der Schusswaffe da am Ende ist. Pädchen. Hallo. Oh, so einfach. Oh, so einfach. Das war's noch nicht. Ich bin der Typ, der Mann. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Alle abgeschlachtet. 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 ok jetzt ist lächerlich das ist jetzt lächerlich kommen endlich ein weg zum dritten mal ja ist klar jetzt wenn es einmal passiert okay aber dreimal dreimal nein das ist jetzt das ist jetzt nein das ist jetzt ein bisschen zu übertrieben das jetzt rauszögern und überall wo ich lang hier brennt und explodiert natürlich aua 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 natürlich ist klar jetzt ihr wollt mich verarschen ja über wo ich lang gehe boom und und der baum brennt die libellen gravur steht für die stärke von jimo dem ersten kaiser und göttlichen abkömmling der sonn kamie ameterrasso er ist der gründer dieser dieses großen reiches und hat zahllose feinden und unzähligen hindernissen getrotzt als er über das land blickte das zu beherrschen er geboren war und eine mücke versuchte sein heiliges blut zu trinken das stieß eine libelle aus der luft herab und tötete sie und so wurde dieses land als akizushima die libellen insel bekannt die libelle wusste um ihre pflicht wie jimo wie ich vorwärts dem tod ein weiteres mal im auge blicken um all deren willen die unter männern wie kageru gelitten haben oder man man das ist ja weil morgen werde ich nicht streamen können da ich morgen nicht da bin vorgezogen und jetzt feine fight abend und was mit mir jetzt kommt er mit seiner nase okay what the fuck darf ich auch mal angreifen hier mache ich das so wie viel schaden er macht mache ich auch du penner das ähm was der schummelt was oh wie der schummelt ja Schau! Alter, das ist nicht dein Ernst und ich muss das komplett alles neu machen. Wie eklig. Meine Güte. Hm. Ich weiß nicht, was ich nicht verletze, was ich verletze. Hey, das ist nicht normal. Soll ich denn das so übertrieben jetzt? Ist echt super, dass ich hier auch nicht gerade weg komme. Soll ich das so übertrieben? Ich muss halt beide besiegen und dann nochmal seine Final-Form nochmal. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Erfiger Typ, ey. Schummelt nur. Oh. Erfiger Typ, ey. Oh, er ist älter geworden. Der ist Sensei.